Bühnen des Lebens Film-Bike, Power-Spirit Vorhin wurde ich gefragt, vor ungefähr einer Viertelstunde, ja, mit wem wird denn der Film gemacht? Und da sage ich, naja, ich muss ja Iris Barben, ihrem Sohn, treu bleiben. Er hat ja mit Konstantin Film namhaft übernommen und für Zivilcourage ist es wichtig, Gesicht zu zeigen mit den richtigen Partnern, vielleicht auch mit Uli Herbig, wer weiß, über was es gut ist und natürlich sicher mit Michael Engelmann, Tanja Seehofer, da war der Film und den richtigen Partnern. Come on, make spirit more, for a better planet, worldwide. Mit Audi öfters mal unterwegs, auch mit Maybach, mit Lamborghini, mit Ferrari, mit Maserati und zu vielen weiteren Uli Bugatti. Warum? Demnächst bei Herrn Ferdinand Piech, der Mogul des Automobilsports-Businesses. Vielen Dank für den Kontakt, Düsseldorf, vor Ort, näheres bald. Mit Energie zu den Bühnen dieser Welt zu Herrn Professor Senator Otto Fischer noch einmal, damit die Kontakte abrollen. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank.